Da wollte ich einfach noch mal. Und noch mal. Oh, jetzt wird er. Oh, der winzt. Ich würde noch mal wechseln gleich. Dauert aber bis ich ankomme. Leider ganz hinten. Darf man das nicht sortieren? Das ist so mies, ey. Ihr könnt einfach X drücken, dann kriegt ihr ein Menü auf, was schneller ist und nicht lag wie das Standard-Menü. Das ist natürlich gut, ja. Kann allerdings in ein von 20 Fällen mal passieren, dass dann das Spiel sich aufhängt, dann kann man Minus drücken und da wieder rauskommen. Ah. Ich... Du kannst doch wohl nur da haben, ich kann ja was anderes machen. Das wäre, glaube ich, ganz gut, ansonsten kriege ich wenigstens geschissen. Dankeschön. Ich würde mal Cotton spielen. Nein, also wenigstens der Schwimmring für die Lacken. Die habe ich eben in der Vorschau oder beim Auswählen habe ich gesehen, dass es da was gibt. Ich würde mal zack, zack gehen. Die haben fünfmal Pokémon, die sie reinbringen können. Jede Woche zwei. Also 250 Wochen Content. Da haben wir schon neue Generationen da. Hier von allen zwei Wochen ein. Ich würde sagen, alle zwei, drei Jahre kommt eine neue Gen, dann haben sie nochmal neue Pokémon. Also kommen nicht die ersten drei Wochen immer aus. Ja, die, die jetzt drin noch fehlen, die werden aber auch schon fertig gewesen sein. Also... Lothok ist ja fertig. Du kannst Lothok hier im Tutorial sehen und im Launch Trailer ist es auch spielbar. Ja, Gardevoir ja auch. Und müsste das wahrscheinlich das erste neue, was wir machen können. Wahrscheinlich. Haben wir den hier oben? Ja, dann ist direkt das Ding, dann ist der gut. Ja, da sind... Was haben wir hier? Cotton und Bullpicks. Komm, in die Kugel. Was? Als ob, ey. Okay, dann gehe ich nicht mehr mit rein. Danke. Gott sei Dank. Dann wird halt auch abgeben jetzt wahrscheinlich. Hau raus am Kopf und dann geht aber noch oben bei euch. Oh, war dein Läufer, den Jungle. Ich glaube mal dahin. Ja. Hier sehr hau raus. Dafür nutze ich meinen Sprint. Tut mir leid. Das ist okay. Hier. 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 Auf dem Kreis? Der eine kann ja da nicht weg. Und der ist halt super lahm. Dadurch, der hinter unserem... Oh! Pullpicks, was wird das? Hier. Hier. Die Latiri ist hier oben. Alter. Jetzt einmal durchpuschen, damit ich abgeben kann. Nein, jetzt wusste ich nicht, was das Gute ist. Egal. Eine Runde mal raten. Die Animationen beim Danken finde ich auch immer supercool. iv, wenn sie sich auch Kass svengarten kommen beim Danken. Ich bin aber Kassi. Der meiner ist vor allem so neidisch. schummelt übrigens wieso springt von unten in den korps durch dann kann ich funken nicht hinterher gehen immer den level 5 hier mit uns bei mir bei mir bei mir ja kommen wir holen glaube ich sollte kurz raus okay das noch genug live ich nehme das andere mit ja das wollte ich haben ja ja das die heilige nur 200 prozent wir sind zu dritt hatte da ist noch eine kugel dann lass mal hier ein punkt und jetzt eigentlich noch mehr da wo die gelben punkte sind und das ist ein guter hinweis du musst mindestens mit fünf fällen dank um den bonus zu bekommen das ist das ist ein super hinweis dankeschön das ist aber auch gut vom balance ich habe gerade dreimal eine kugel abgabe ich musste die ganze drei punkte noch mal gedankt weiß ich gehe nach unten jetzt ich glaube mein movement speed buff ist gar nicht so schlecht ich helfe mal der schlappe schaffst du oben allein zu essen speed buff hier ist wohl Lona bei mir wo? ich weiß nicht es ist irgendwie weg keine ahnung oh zero aura hinter uns kommt Vögelchen oh ja da gehe ich auch noch drauf hast du ja keinen weggekickt? ja euuuuuu wir sind hier unten enttanken bin ich bei dir einfach über die mauer dann kann wohl nur noch erstmal nix machen kann man gehen und abgeben jop was wird das da nicht besonders viel aber ja punkt ist punkt oder weg bei mir ist gar schon ja ich bin ich bin die alte bleiben mir das war ein fehler Es tut mir leid, Mistakes remain. Danke, Maru. Ich bin da Ulti. Oh, Zeraora bei mir, lass mir mal in Ruhe. Was mach ich damit? Ah, ich hab... Ich hab kein Leben. Okay. Ich hab kein Leben. Es macht schon Spaß. Oh, ich bin nicht lieb. Wir sind hier oben, oder? Hier ist gar keiner mehr. Ja, da unten, wir kämpfen. Ach, komm. Jetzt kann ich ja das Rote um umholen gehen. Ja, da unten hier im zweiten. Oha, Piero. Oh. Oh, oh. Digatizumis, oh oh. Piero ist nicht zu unterschätzen. Ja, ja. Hatte ich mich ja weggeflasht. Hier gibt es, wenn wir reingehen wollen. Vorsicht. Da sieht man noch irgendeine Ruhe aus, oder? Ich geh raus. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich kann gegen einen langsam. Nach dem 14. Ja. Schnapp zu dir. Tiro. Und ready. Und geht leider daneben. Aber das ist nicht so will. Will. Nen habe ich. Ok. Wackenst nimmst du? Ja. Jetzt lasse ich es haben. Ja, ich springe hier rein, ich springe aber auch drauf. die falsche richtung ist dann ich habe keine ich glaube ich habe eine gezogen hier steht auch das deck nur sechs mal internetseiten das wäre auch wenn es mäßig sehr sehr gut aber ich finde so was sollte dann dran stehen ich punkt war main kopf von denen ich habe gleich und wir können alle töten wenn ich vier prozent abkille ich die alle ich komme will ich fange den ab der fischer holz und das kommt nicht weg haben wir noch mal und dann abgeben ich scheide euch aufschreiben da kommen sie noch mal egal am sagt er damit kriegen die auf den blitzschaden hat noch mal ab jetzt wird gedanken wo man ja alle gegner er kann ja gar nicht weil er kommt nicht mehr weg da alle danken jetzt wird einfach drauf bleiben einfach abgeben automatisch ein schild noch mal rein noch mal punkte damit jetzt ja punkte geht ab einfach rein rein wir haben noch eine minute ich gebe mal ulti 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 komm her Kodomi hin ich habe dich klaut nehmen ich wollte dich da unten nehmen ich bin eingefroren ich komme trotzdem ich kann auch hier abgeben ich kann auch noch mal abgeben ich kann auch noch mal abgeben noch mal punkten wenn der rauskommt schieß ich ein feuer Aber ich schieße jetzt ein Feuerball einfach rein. Ich ziehe den einfach raus aus dem Spawn. Schrecklich, ne? Ja, das war so nicht geplant, ne? Nein, komm! Wer hat den Kill? Abgeben, wer den Kill hat! Einen hab ich noch. Ich hab noch einen! Ich auch! Ich glaube, das wird knapp. Oh! Oh, das ist so kräftig! Ne, wurden auch schon mal so zerstört. Das ist nur gerecht. Der hat sich eisgert durchgemuchelt. Ich konnte ihn nicht abbrechen, ja? Oh, Mann. Ah, Dalu, nur 95 Prozent. Ja. Ja, nur 19 Kills statt 20. Schon schwach. War halt nicht mehr. War halt keiner mehr über. Es siehst du, dass ich nicht kämpfen wollte. Pikachu habe ich beim letzten Mal gespielt. So, ich würde gerade... Gerade konzentriere ich mich so ein bisschen, dass ich mal einen Charakter öfter spiele. Also ich rotiere gerade so zwischen drei Chars noch rum, um zu entscheiden, welcher es wird. Und dann würde ich den erstmal gerne ein bisschen zocken. Äh, ne. Kann keine Duplicates pro Team gepickt werden. Wenn einer in deinem Team einen Char pickt, ist der raus. Ich bin mal gespannt, ob die an einem gewissen Punkt im Rank ein Bandsystem einführen, dass du... gewisse aktuell OP-Picks dann weglassen kannst. Was? Einer muss mit... Einer muss mit hoch und hoch. Ja, ja, ja. und ist noch keine und ich bin ich bei dir gerade nicht kämpfen ich habe nur geguckt werden wir in meinem jungle mob geklaut und wieso greift es in dem busch als erstes weiß ich kriege nicht doch haben ja beide ich bin zu dritten gehen jetzt ab ein hammer wenn das können soviel aushält die bekommen auch noch kommt ja ja auch nochmals dann ja kommt er halt sich nur einmal ja und abgeben leider nicht viel überwitz wissen ich glaube auch ja feuer fichert aber viel schaden ein bisschen zu viel und ogel hat glaube ich mit so circa zwei hp überlebt gut punkten ja aber so punkte hatten die nicht wird aber punkte wobei die geben kann ich ab dann kann ich ja kurz hier das biso funk holen mit dem baff sehr gut die berlo kommt denn mit ogle auch immer nach oben wieder habt ihr jetzt ein bisschen kontrolle unten du bleibst hier was die klone gespeckt ja das andere ist die smoke und der dashes kürze also wenn es rein um wenn es rein um den meda wenn du die garten zerstörst aber irgendwas gibt aber noch ein baff das habe ich vergessen also einst du direkt auf die smoke kommt dann abgeben eine beere nehmen dieser samen ist erst vier ja die hier oben sind auch nicht wirklich in dieser samen mit der selbst heilungs a combo supergeil ja dann wenn wir abgeben kriegen wir auch ein paar meter gut weil jetzt der die baff weg ist hier raus hier egal wieder sagen rennen wir weiter nimm du mal die bären ja ok das gibt in den tag aber das habe ich mir gedacht das war der nachteil daran ja aber ich finde die smoke kommt halt nicht so geil wie hat ein doppel schönes ding wenn er alle zur freude steht nicht nicht tot krieg ist er hier ziemlich krass und dieser flor dann brauchst halt noch das ding dass wenn du bist du dich selber heißt oder wenn du abgibst komm her die bär doch schnell und weg durch der vor springt knapp gerade ich bin ja noch am ögeln ich bin jetzt auf dem weg ich komme nicht dran glaube ich oder kommen wir runter gerade dass die ulti von hier greninja die ist richtig trash jetzt kein homing und bis die durch ist ist jeder in die base gelaufen was jemand der sie festhält also ja dann wollte ich aber auch jetzt rede ich über maxi roto reden die base durch jetzt gleich den schilder schick ist einfach alle schicken gefressen wenn du nicht ausweist das hat mich leider da liegen so viele kusel war ich doppelt ab oder so 22 haben wir nicht zu leider die homing attacken und das ende ich habe in dem spiel noch kein rank gespielt würde ich wenn so vielleicht nicht solo q machen oder so aber dafür will ich schon dasselbe team haben ich wüsste nicht wo ich hingerücken müsste um mir das anzeigen zu lassen was dann punkte beim pro base die tatsächlichen poli das spiel entscheiden wie sie so glaube ich nicht nee soll es doch nicht sehen es soll der punkt zustand soll nicht sein dann haben wir weg da kommen gerade aber alle ein bisschen was gut wir sind sofort unten jetzt wir sind beide frische ist dann halt ohne ende und wohl nur zusammen ist dann schnell wenn du bei uhr also bei uhr da ist halt nicht drin stehen sozusagen dann ist halt auch weg schnell ja das andere elektro pokémon ja ich war mir das ist erst mal was kriegt der last 30 wenn er die anderen alle zwanzig die kann schon verhindert was abgeben jetzt guck mal wie lange es dauert bis die kulti durch geht er muss auf k sein es gibt es gibt in dem spiel keine effektivität also nicht vorhergegen weil das wäre es wäre halt absolut trash auch weil du jetzt auch zu bellen halt ja nicht nur dass du müsstest dann ja auch wieder sammeln du musst es ja dann auch wirklich aufpassen was für pokémon du reinbringst dann musst du ja fast mal daran gehen dass es auch balance ist das genug davon gibt und so weiter es würde das ganze kampf also output system dieser floh ist unten bei unseren punkten wir haben hier 100 wenn wir dauernd points in der tasche gerade ich hau die old einmal durch noch ich komme nicht rein weil ich mir ich habe glaube ich dachte einem schlag drei habe ich hier werden lecker ab jetzt gerade ausgelaufen es war erst ein paar sekunden ich glaube so kügelchen hier du musst mich noch abgehen niemals ja sie waren noch am fliegen endlich mal über 1000 haben wir auch zum ersten mal jetzt nice 21 kills hast du post and kills ne die hände schütteln sind assist nehme ich an ja ok 3 2 2 3 4